Ja, heute geht es weiter mit der Aufwärmung von Kerstadt. Wir machen es heute hoffentlich zu, das ist ein großes Ziel. Ja, jetzt müssen wir Kerstadt auf Stufe 4 ausbauen und das wollen wir heute finalisieren. Weil das noch eine ganz schöne Strecke ist, wie gesagt, Richtung Westfield. Befürchtet es jetzt gerade komplett außen rumschickt. Sollte man auf der richtigen Straßenseite fahren? Wir sind immer noch unterwegs mit unserem VWD, mit dem Elektrobus und wollen jetzt nochmal ankommen. Es dauert halt alles noch ein bisschen. Was schickt der uns den Lack mal ernsthaft? Jetzt einfach eine blöde Frage. Okay, der hat das komplett außen rumgeschickt. Der hat es über Sonnstein geschickt. Der hat es außen über Sonnstein geschickt. Also ihr fahrt tatsächlich das ganze Ding von der anderen Seite an. Okay, ja gut, verstehe gerade. Da soll er ja im Spiel nicht akzeptieren möchte. Dann würde er im Spiel nicht das Wenden die akzeptiert. Das hört sich an, dass wir wenden. Wir hätten auch den kürzeren Weg fahren können. Ich habe das zu spät gesagt. Ich habe zu sehr auf Sony vertraut. Manchmal sonst kann ich es so gut auf das Anvigationsgerät so zu vertrauen. Ich kenne da eine tolle Geschichte. Das war mal ein zwischenischer Lkw-Fahrer, der ja komplett auf seinen Lkw vertraut hat. Und ja, eine Familie, der ist mit einem Wald irgendwo gestrahlt und kam nicht mehr raus. Hat sich dann, glaube ich, festgefahren oder sowas war das. Und da ist es vielleicht gar nicht mal so gut. Den habe ich zu vertrauen. Die alten Stellen, die draußen sind bisher noch nichts von uns. Gehen wir weg da mit der Lkw. So, ich würde die Folgen sowieso nicht umgleich heute noch schneiden. Das glaube ich nicht mehr. Ich würde noch kopieren und dann ist gut. So. Aber sehr schön, wenn ich dann quasi früh aufstehe, die Feuerschneider und dann Hochleitung. Sollten eigentlich trotzdem alle pünktlich kommen. So. Gut. Und da sind wir schon. Windfeld. Windfeld heißt die Haltestelle. Ich fahre die ganze Scheiße jetzt da außen rum und du sagst mir nö. Windfeld. 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 Windfeld ist echt so krassauffällig da jetzt eine Haltestelle nicht auf Wärter. Sudionticket, Bochkarte. Aber wir haben so noch nicht viel Zeit aufgewertet. Ich wollte scheiße das noch machen. Und ich muss doch sowieso gar nicht sagen, wir fangen jetzt einmal Kommen wir durch. Nächste Woche ist das klasse. Ich freue mich schon. da müssen wir also egal alles gut wir kriegen es hin wir machen es heute hoffentlich zu so so wir fahren jetzt weiter mit für dorst da kommt jetzt als nächstes die alte stelle und ich hoffe wie gesagt dass wir es heute in der folge noch schaffen die aufzuwerten noch für vier und wenn wir das einmal durch haben dann hoffe ich dass wir erst mal aus kirscher ein bisschen raus kommen andere haltestellen ich glaube aber da hat er schon mal dass er sonnstein als nächstes sind und dann nach der nächsten mission die wir bringen jetzt ist diese eine haltestelle hier draußen über das einmal weg haben dann haben wir nicht doch eben die ganze kam habe ich ich glaube ich vielleicht etwas besser ab mit deiner scheiß karriere eine bus jetzt mal erst mal rausfahren und nicht wo du es nicht auf biege brechen da doch vorbei versteht man sich auch die fahrer ist raus er ist sicher ausgestiegen ist kein fahrer ausgestiegen jetzt ja das verstehe ich aber die autofahrer sowieso nicht also ich habe es heute ein paar mal erlebt ich wurde wo hatten die mich ja geholt ich glaube mit einer längste straßen direkt vor die ortschaft das ist weiß ich nicht also kommentiert habe ich mich vorhin an den stellen die sind so komplett unruhensichtlich da kommt gerade irgendwas entgegen und da fliegt doch einer vorbei weil hauptsache man muss doch ganz ganz schön vorbei verstehe ich nicht was möchte autofahrer sich dabei denken gehalten hat das ist ein linienbus wo es ist man bringt das nicht nur sicher gefahren man bringt dann busfahrer gefahren aber wird auch andere menschen gefahren weil da ein fahrgäste sitzt teilweise hast du so ein bus wurde der ex der ist voll ist da steht auch zum beispiel auch schulbus dran oder so aber trotzdem fliegt man da vorbei also manche leute also nicht ja so wie eingeschlafen ich fand ich kurz mal rechts ran hier ich wollte euch den fahrgast kontrollieren und ich mich hinsetzen hallo yoga dankeschön manchmal verstehe ich dass ich mit auf der straße fahrkarten kontrolliert ist immer die beste idee das war jetzt übrigens drei nochmal das waren wieder 360 solar aber den kleinen unfall fand ich wieder drin ja ich habe es gesehen da war ein fußgänger aber das ist doch kein überweg also die 20.000 die tun jetzt richtig weh weil die sind unnötig hier ist der fußgänger und nicht da hinten wo sie gerade rüber gelaufen sind liebe spielen die 20.000 habt da definitiv an die habe ich euch zu verdanken so halte stelle getreide straße ich fahr jetzt zweiläufig heute gleit doch durch getreide straße kannst du raus ist egal ich brauche eine fahrkarte bitte vater so fahrgast bist du fahrgarten ich werde sie mir hier das jetzt für mich war da keine fußgänger wie gesagt da fußgänger weg der war ein stück weit da hinten und nicht da vorne jetzt bitte raus hier hallo entschuldigen sie dankeschön ja und das sollte man übrigens auch nicht machen sich auf biege unterbrechen da noch raus zu drücken hallo ich will hier noch heute machen heute morgen ist der nachtrupp fahrgast oh ja chinesisch ich liebe chinesisch also asiatisch halt gemeint ich bin solche so ein absoluter Nudel Fan ich liebe Nudel aller Art Makaroni, Spaghetti und auch asiatisches Nudelgerichte aber da geht auch natürlich Reis aber halt habsich Nudel so was am geilsten ist für eine asiatische Nudel mit Elend- und Erdnusssoße oh geil also gebratene Nudeln so ja das Studierendenwohnheim wir verlieren gerade durch die Route aber egal das Wetter ist einfach wundervoll jeder halte Stelle weniger nimmt uns gerade ein bisschen Luft raus das fahren wir vielleicht noch mal wir machen sie heute, komm jetzt zu ich habe eine tolle Zeit mit meiner Mutter so nächster Stop Hügelsstraße wir wollen heute die Mission abschließen wie lange diese Folge wird schmeiße ich die vielleicht sogar noch in die erste aber es kann sein, dass es hier wieder eine eigenständige Folge sein wird muss man gucken also ich gebe einfach aus, dass das hier quasi die dritte Folge aufgabe ist so 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 also die kann ausgebaut werden ja die war auch drei ich dachte ich hätte die schon vier die hügelstraße so dann haben wir so fast alle kompletter so fackerte weiter geht zum planetarium ich werde jetzt gleich mal regulär festen weil die fall ist die alpha wo er noch da ist hallo der kommt auch nicht hallo ja taxifahrt was ist da los jetzt gibt es nicht was die ganze zeit steht da kommt einer der dann irgendwann mal rüber läuft und dann fährt er los ja kommt auch ist okay wenn wir diese taxifahrer im pc zu dem spiel das ist manchmal echte katastrophe das hat sehr lauter munke war warum wirst du wirst du wirst du bist du da bist du hallo war so aus dankeschön so nächste jetzt geht sie recht ich glaube wir sind so dass klar ich habe mich heute regulär vielleicht war es tatsächlich sogar einfach in dem letzten der letzten folge fehler und guckte vielleicht ist es immer auch wirklich ein spielfühler drin wir werden wir fahren und ihr mal schaut mit du bist eigentlich jetzt gleich kommt wenn sie hier bist war alles okay scheinbar der hier ist also passt da höllisch auf am feisten planetarium jetzt nehme ich jetzt nehme ich für das planetarium raus nur hin bitte ich muss noch ein paar isotonische getränke besorgen so also wie gesagt höllisch aufpassen an dieser stelle ich brauche mehrere fahrkarten ich brauche mehrere fahrkarten bitte schön ich brauche jetzt so ist und ob das geräte oder so ist gut ja wir haben sie jetzt raus genau das planetarium das ist ja schon auch schon vier befehle ich für viele einschränke ich hoffe dass wir es gleich haben schon wieder mal zwei mal jetzt sind dann mal weg also dass diese diese ecke hier scheint extrem verpackt zu sein wie gesagt wir haben sie ja jetzt nicht mehr drin ich hoffe dass wir auch nicht noch mal reinnehmen müssen es ist eine schöne ecke es gefällt mir sehr auch hier mit der aussicht nach rechts und dem wasser aber das ist halt diese 1 2 einfach wo als wir drin sind das nervt schon so weiter geht's nein keine sorge sowas würde ich niemals in wirklichkeit machen hier einfach rüber ballern wenn der führer immer kommt das wie gesagt was ich hier teilweise auch zusammenfahre das ist wirklich nur in game ich schwöre bisher sind meine fahrgäste zufrieden bis jetzt hat sich keine noch doch keiner mit meinem fahrstil beschwert gut hier im spiel kommt keiner dazu das ist alle so geschockt die hat schon freiwillig die fressen zu einsteigen so alles gut jetzt müssen wir draußen mit einer scheiß garee säcke genau das weiß ich meine gut wenn ich ehrlich bin ich hätte mich beim bus auch nicht da vorbei mich unbedingt da rein drücken müssen ich wäre richtiger weg mehr gewesen jetzt 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 was ist da los jetzt das ist eine schwere Geburt der richtige Weg wäre tatsächlich jetzt gewesen bleibe ich stehen bleiben warten bis der raus ist es gibt so ein paar Kandidaten die machen das irgendwie die stehen da wirklich so weit draußen das ist der richtige Weg so die TU kannst auch wieder raus nehmen wir mal die TU so ein schöner Tag ich brauche eine Fahrkarte ach ja äh ist das wirklich die letzte Haltestelle da ja dann soll ich wieder rein Schnauze da jetzt du sollst mir drinnen bleiben so hast du dir ein Ticket da haben wir noch vier Haltestelle also drei das ist jetzt sogar nur noch ich habe nie verstanden was die ganzen Leute am alten Ski-Gewerks jetzt haltet ihr da Disco so hier liegt keine Ausweiter ok die Frühjahr auf Akademie und dann geht es zum Wissenschaftsministerium wo dann werde ich kurz ja ist jetzt Pech weil ich fahre jetzt durch die Heimschule ist nämlich direkt hier vor heute ach komm jetzt mal raus ich stehe mir da gerade mit dem Cotele oder was war das jetzt das war ich jetzt Cotele wirklich jetzt hier ok so das ist die Akademie die Akademie ein Stück das fehlt tatsächlich auch zufrieden ich habe mich empfehle doch jetzt überhaupt 122 bis es soll bis jetzt doch die Wissenschaftsministerium sein und hinten die Kirche in Windfeld das machen wir aber schon gut gut so wirst du nicht auch Frisziere wir sind hier um die Ecke Mein Sohn hat gerade in der Marketing-Abteilung von Barofsky-Industrie angekommen. Das ist so ein Säcke, du bist nämlich reingelaufen, du Idiot. Also 40.000 jetzt im Bereich bekommen, ich habe ein Bescheid mit dem Spiel. Also der ist jetzt im zweiten Mann. Weiß ich nicht. Kürzlich, danke, dass er sich viel hat. Er sagt dann tatsächlich immer noch Nein. Er hat das jetzt? Es ist wirklich die scheiße Kirche, aber noch hier oben. So, Rutschfahrer draußen. Ich versuche gerade nachzufragen, wen ihr einfach wollt. Wie heißt das Stadtteil hier? Seaside Valley. So, gut, dann fahren wir noch kurz rüber. Fahr mal kurz rüber. Und dann müssen wir sagen, dann haben wir die Mission, gehen wir, Leute. Ach, das geht nicht. Warte, 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 warte. Jetzt wo ich jetzt die ganze Scheiße da außen rumfahre. Ich fahre jetzt gleich die Route richtig und fahre dann rechts. Und fahre nicht nach links. Nicht so wenige Linie da zeigt, sondern wir fahren auf der anderen Seite. Ich fahre das ganze Ding und drehe dort. Das geht schneller. Jetzt wenn ich jetzt da komplett außen rum fahren muss. Das ist jetzt einfach zu krass. Das dauert zu lange. Also alle Haltesteller sind drauf, nur die Kirche nicht hinten im Winfield. Der Winfield West. Jetzt müssen wir kurz die Route neu starten. Ansonsten sind alle Haltesteller drin. Äh, ja. So. Das ist halt die erste. Okay, ich fahre das mal. So. Ich war mir klar. Dass da einer rüber gedackelt kommt. Wie gesagt, ich kürze das ganze Ding jetzt. Aber ich fahre und fahre die heute auf die Prozent. Und ich denke mal, wir werden jetzt gleich da ranfahren an die Heilige. Dann haben wir es. Mit dem kleinen Bus kann ich Gott sei Dank ein bisschen wenden. Nein, nur mit dem Langbus. Mit dem Gelenkbus. Den Zitaro, den wir der ersten auch fahren gefahren haben, wo die ganzen Rests gemacht haben. Hallo, alle Haltesteller Künstler vom Bevölkerung dieser Mission. Party Bus. Und dann haben wir es. So, ich muss jetzt gerade gucken, wo die Wende, wo die immer der Abklick ist. Ob das hier schon ist. Äh, ne. Hier rechts. Und dann bis fast dann bei der Linken. Jetzt hier rechts. Und wenn man dann gleich links abkriegen soll, fahren wir gar nicht raus weiter. Und dann sind wir, brauchen wir dann oben nur zu wenden. Und dann haben wir es. Und dann muss ich nicht den ganzen Weg fahren. Der war voll. Der war äh. Ende letzter Folge mit Anfang dieser Folge gefahren sich. Und dann muss ich nicht den ganzen Weg fahren. äh, den wir bei einem Rutsch fahren können. Dann fahren wir die auf jeden Fall. Sollte das aber nicht so sein. Äh. Und das hier die letzte Folge meiner Aufnahme-Fission. So, jetzt muss ich auch passen. Jetzt muss ich mich gerade ausweiten. Jetzt muss ich mich gerade ausweiten. Deswegen, wir werden hier gerade ausweiten fahren. Bewusst sind keine ausweiten fahren. Jetzt muss ich mich gerade ausweiten. So, jetzt ist die Harte schon enthalten. Jetzt müssen wir die Harte hinlegen. So, wir haben das ganze Ding ein wenig mal abgekürzt. Hier steht schon die Fahrgäste. Die warten schon heißmütig auf den Bus. Wollen unbedingt zurück. Gehen wir nach rechts. Bin ich schon in ein Hindernis gefahren? Bin ich schon in ein Hindernis gefahren? Ach, du entscheidest dich aber auch im letzten Moment noch. Geh weg da. Weiter. So, da sind wir. Und dann fahren wir hier kurz die Haltestelle an. Und fertig. Mission geschafft. Sonnstein! Hallo, ich habe gute Nachrichten. Wir haben die Rechte für die Sonnstein-Haltestellen bekommen. Es ist ein wirklich entzückender Ort, was wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, dass er bei Touristen so beliebt ist. Peter Baumann hat darum gebeten, dass wir Sonnstein mit dem Flughafen und dem Gewerbegebiet verbinden. Er erhofft sich dadurch, dass die Buchungen in der Nebensaison steigen. Bitte verwende nur Erdgasbusse, um die Luftverschmutzung auf ein Minimum zu beschränken. Oh, und als Vorwarnung, die Serpentinen in Sonnstein sind recht eng. Fahre bitte vorsichtig. Ich habe schon gemerkt, liebe Leute. Das hat auch schon ziemlich eingegangen gemerkt. Weil Sonnstein ist auf Stufe 3 aufzuwerten. Das sind einige Haltestelle dabei, die... Oh, Sonnstein... Ja gut, das ist aber nicht viel. Das ist nur viel Fahrerei. Das ist nur viel Fahrerei. Also ich würde sagen, äh... Äh... Drei von den vier Missionen bis auf die Sonnenschein-Dings auf drei ist durchaus möglich in einer Folge. Ich denke, man sollte schon wieder zwei Folgen sein. Gut. Ich verschwinde hier. Das sieht mich jetzt gerade... Ich klatsche mal hier in den Ohr. Nein, du wirst da keine... Geh weg. Hallo. Auf der Tür. So. Ja, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder bei Bus-Simulator 21. Guck mal, komm schon. Sieht sich ausgewertet. Wind, 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 Wind. Wind, Wind, Wind. Ist jetzt Kerstoff nicht drei? Vier? Hat das nicht genaubt, oder was? No, das wird wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich schon wieder... Wind, Wind, Wind. Das ist wahrscheinlich schon eine kleine Anzeige. Ist egal. Wir haben sie hier fast geschafft. Äh... In der nächsten Episode... Ich lösche die gerade kurz hier. So, gerne hier wandern, aber die Busse müssten einfach mehr Ziele anfangen. So, Kerstoff 3, alles mal rausnehmen hier. So, äh... In der nächsten Folge geht es dann weiter mit... Kerststadt, Studierendenwohnheim. Was ist denn jetzt? Jetzt haben wir eine Haltestelle, die nicht aufgewertet ist. Wind, 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 Ost. Egal, steu ich es drauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und danke für heute mit der Mission Volles Haus. Fest Fest. Fest Fest. Musik